Ich hab was gefunden. Er hat geflossen. Oh, er hat geflossen. Penner. Ich hab auf einmal wieder die Maul schlicht. Das ist total lecker. Wie geil, ey. 5 Sekunden. Wow, Chris. Erstmal zum Bier. Ist das ein Schwein? Man, Neppmock macht nicht so'n Lärm. Von euch macht ja keiner die Kameras kaputt. Ja, mich lässt sie ja nicht. Ne, doch. Mal einer hier, so'n Hammer. Irgendwas Durchschlagendes. Hat keiner wieder, ne? Doch. Asala. Achtung, Gewehr steht das drauf. Jetzt geht's rund. 3, 2, 1, los. Okay, und Angriff. Dass wir nicht ein bisschen schneller gehen können. Längst drin sein können. Wir gehen von der anderen Seite. Zwei Stück. Schild und, äh, Dings. Wir hätten sogar die Tür hier nehmen können, ne? Ne. Doch, doch, da war ne Tür. Ist zu umständlich. Und sicher auch noch. Hab das ein Loch. Also, Nebi. Warte, ich mach uns hier ein Loch. Nein. Die haben jetzt das Ding angekommen. Warte, warte, warte. Das ist unzerstörbare Ruhrsächer. Ein Stück weiter rechts. Da, ja. Scheiß auf unzerstörbar. Ich mach uns hier ein Loch. So, Nebi. Warte, 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 warte. Einer liegt. Andere da hinten auch noch. Das sind zwei Stück. Achtung. Achtung. Ich fang an. Und. Bumm. Ah, der scheint der gleich direkt rechts. Hab ich so spät mitbekommen. Alter, das war Teamwork. Alter. Das war Teamwork. Das ist Teamwork, Digga. In die Eier. Habt ihr den Smoke oder was? Das war gerade richtig geiles Gameplay. Ohne Spaß. Das war ne geile Runde. Mal sah alle zerfickt. Allein wie wir da reingegangen sind. Das war ja richtig perfekt, ne? Absolut. Ich schläge alles markiert, wo ich was gesehen habe. Alter, wie geil war das denn? Der Pat.